Willkommen am Vize-Freitag. Wir haben Donnerstag, den 22. August. Ich habe gestern am Mittwoch keinen Film gemacht und ich werde auch morgen keinen machen. Ich ziehe ab morgen meine Tochter um nach Holland. Das wird ein paar Tage dauern. Ich komme dann ganz kurz zurück und muss dann wieder Richtung Frankfurt hoch und bleibe da bis zum Ende des Wochenendes. Also mit viel Glück gibt es dann Sonntag, nächste Woche, abends irgendwie noch einen Film. Aber morgen fällt aus, Mittwoch, nächste Woche fällt aus. Ich bin da unterwegs. Das nur zum Bescheid sagen. Habt ein bisschen Ruhe von mir. Das heißt für euch, ihr habt dann auch ein bisschen mehr. Voila. Wunderbar. Was macht der Freund hier? Ich habe jetzt ein paar kleine Linien gezogen. Wo ist das? Hier da. Das ist das Hoch von heute. Verbindet sich recht gut mit einmal, zweimal, hier da mit dreimal, vier, fünf, sechs, siebenmal. Das ist schon ein kleiner Widerstand. Diese für 18.551. Dieses hier, das waren ja die rund 18.500, war das letzte Gap, was wir hatten hier. Der Chart ist bis auf Mini, Mini, Mini Gaps, die völlig zu vernachlässigen sind, ziemlich sauber hier. Das ist also nichts Wildes. Dann habe ich hier diesen kleinen Unterstützung bei 18.340. Die haben wir gesehen am Donnerstag, am Mittwoch und am Dienstag. Da muss man ein bisschen auffassen, da kann es sein, dass es etwas akzeleriert. Letztendlich habe ich das Thumbnail ja beschrieben mit Angst vor der eigenen Courage. Das ist ein bisschen wie beim Gold. Nur kurz meinen Seitenblick. Das Gold war hoch bis 2.531. All-Time-High. Technik noch in Ordnung. Alles fein. Ja, und dann innerhalb von eineinhalb Tagen gibt es dann auch mal, was ist das jetzt, 55 Punkte nach. Auch da, beste Voraussetzungen, um weiterzuziehen. Aber irgendwie fehlt es dann an Anschlusskäufen. Und den Eindruck habe ich hier beim DAX auch. Diese Kerze, wir haben jetzt 17.35 Uhr, es handelt aber 18.499 Uhr, sieht schon stark aus wie ein Shootingstar. Nicht ganz so schön wie die Freunde hier drüben, wo sich dann ein bisschen was angeschlossen hat nach unten, aber zumindest verstopft. Ich denke, wir haben noch kein Verkaufssignal über die Stochastik. Die moderne Sichtweise ist genauso wie die traditionelle weiterhin positiv. Die Linien gehen immer noch auseinander. Hier ist kein Top im Moment zu sehen oder ein Abfallen. Ja, sowas hier ist hier nicht zu sehen. Das heißt, er bleibt noch positiv. Der muss die Chance aber auch nutzen. Jetzt haben wir schon Freitag. Wir sind in dieser Woche okay gestiegen von, was ist das, das ist dann von hier, von 18.277. Ich kann mir schon vorstellen, dass da morgen auch nochmal Gewinnmitnahmen kommen, weil die Leute haben momentan ein bisschen Angst vor den Wochenenden. Und das kann ich voll und ganz verstehen. Ich finde, ihn im Tagesbereich ganz gut zu handeln auf der 30-Minuten-Ebene, mit den Indikatoren der 30-Minuten-Ebene, da geht das ganz gut. Gut, ich habe hier, und das halte ich selten, erhebliche Probleme mit den Aktien. Normalerweise finde ich immer irgendwo irgendwie irgendwas ganz, ganz schwierig. Dann geht das mal, eine Lufthansa hat 20 Cent hoch, am nächsten Tag will sie keiner mehr haben. Oder nehmen wir Bayer hoch auf fast 30 und dann wieder runter auf, wo sind sie jetzt, 27,70. Das, ich finde das recht schwierig hier, muss ich sagen, deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt mal, naja, rund neun Tage nichts damit zu tun habe. Da will ich, ich brauche auch mal ein bisschen Abstand hierzu. Die Zeit zur Präsidentschaftswahl, die rinnt dahin und die Volatilität wird weiter reinkommen. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und ich habe noch Shorts im DAX, ja, ich habe ja angefangen bei, wir haben es so 18.000 und 18.030 und ich habe bei 18.500 hier an dieser Linie nochmal was gemacht. Aber ich habe noch genügend Platz. Ja, also, und es sind normale Optionen scheinen, ne, mit Juni nächsten Jahres. Ich habe dann auch genügend Platz, aber die machen mir nicht wirklich Angst. Also, sehe ich momentan nicht. Ansonsten, ich bin heilfroh, dass PayPal endlich mal gestiegen ist. Meine Güte, was eine Geburt. Aber die werde ich jetzt auch irgendwie heute oder morgen, irgendwie werde ich die auch nochmal raushauen. Ich will da den Gewinn mitnehmen. Bei mir ist die momentan nicht sicher. Ich würde so gerne mal wieder einen Film über Einzelaktien machen, kann ich aber nicht. Ich habe nichts, was nachhaltig, was deutlicher ist, muss ich wirklich sagen. Und beim DAX tendiere ich auch dazu, eher einen Short weiter aufzubauen mit einem Stopp. Direkt 20 Punkte hinter dem heutigen Hoch. Sagen wir mal so bei 18.575. Das kann man probieren. Aber bitte nur mit kleinem Size. So, und hier jetzt noch die Scheine. Die Calls habe ich gelassen, wie sie waren. Das war ein UBS-Put mit 18.800. Den habe ich jetzt gewechselt gegen 19.502, damit es da kein Geschrei gibt. Weil der andere hatte einen Hebel von, ich glaube es waren 47. Müsst ihr euch mal kurz den Film anhalten und einen Screenshot machen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.